Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Zombies Ate My Neighbors. Ja, da waren jede Menge Werwölfe hinter mir her, die ich ja gar nicht mag. Werwölfe, Bibis und diese... Da freut man sich auf die Zombies dann eher. Scream in Horror on Level 28. Ich mag auf die Vampire. Ja, Vampire sind auch ätzend. Die halten so übelst viel aus. Und 28 ist wieder ein Vierer-Level. Da wird's ja wahrscheinlich wieder einiges jetzt auf mich zukommen. Okay, über mir ist ein Fälscher. Wo komm ich denn da hin? Ah, brauche ich... Totenkopf-Schlüssel für... ...Stirb-Unwürdiger. Schnell, renn, 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 renn. Good job. Oh, da oben ist ein Baby. Was haben wir mal da hin? Yeah, einer schon mal gerettet. Und ein Schlüssel. Und ein Schlüssel. Drei Stück noch. Also das Wichtigste ist eigentlich, zügig durch die Level zu kommen. Das ist eigentlich der Hauptschwerteil an diesem... ...diesem Spiel, finde ich. Ah, ja, ja. Weg zugemacht haben sie schon. Oh, Werwolf. Da, kümmert du dich mal um den da. Mist, Kerl. Vielleicht sollte ich auf Rasenmäher umsteigen. Aber jetzt kommen wieder Zombies. Au. Ah, Mumien-Alarm. Oh, oh. Ich hör sie schon. Ja, Vampire hab ich noch nicht gesehen. Uh, jede Menge Schlüssel. Ah, aber den Weg zugemacht. Shit. Ja, toll. Da hätte ich nicht reingedurft. So ein Mistverdammter. War so eine Falle. Komm, beeil dich. Da ist auch schon zu. So, einen Arztkasten genommen. Wir haben zwei Totenkopfschlüsse. Okay, da können wir nicht lang. Shit. Oh nein. Der Vampir bei mir. Ah. Der soll sich mal damit beschäftigen. Autsch. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Rasenmäher oder sowas. So. Ja, komm. Gib mir noch irgendwas Mächtiges. Ach, Mist. Mist, Kerl. So, wo geht's jetzt hier raus? Aha. Wo sind die letzten drei? Ach, du Scheiße. Noch mehr von denen. Ach, du Scheiße. Ich glaub, ich sollte den hier nutzen. Komm her. Boah, drei Vampire. Ach, du Jemini. Komm schon. Boah, was die aushalten. Wie zu krass. Da, zwei auf einmal. Sehr gut. Geht schon kaputt, ihr Mistkerle. Oh Gott, gleich lässt der Zauber nach. Ich werd mich wieder zurück verwandeln. Ja, also das ist schon ein richtig krasser Fight hier. Vielleicht muss ich die auch gar nicht besiegen. Aber vor denen wegrennen geht auch schlecht. Weil einer ja ständig ihre Fernkampf angreifen. So, zwei habe ich. Fehlt nur noch der hier. Komm. Ja, geschafft, oder? Boah, das war's. So, wo sind die letzten beiden Überlebenden? Oh, da ist ein roter Trank. Eins. Und Nummer zwei. Yeah. Den Trank nehmen wir noch mit. So, bis zum nächsten Mal. Euer Jojo.